Dellen? Ebenfalls kein Grund zur Panik. Sie können komplett ausgebessert werden. Einfach die Druckstelle mit groben und feinen Schleifpapieren an- und nachschleifen, dann wässern und mithilfe eines feuchten Tuchs und eines Bügeleisens herausdämpfen. Anschließend noch einmal nachschleifen, ölen, polieren und die Delle gehört der Vergangenheit an. Untertitelung des ZDF, 2020